So, der Weihnachtsmann hier in Jallerheim hat auch eine kleine Aufgabe für uns. Ich muss so viele Pakete ausstellen. Kannst du mir dabei helfen, die Pakete an die Bewohner in Jallerheim mit Hilfe meines Schlittens zu verteilen? Es ist ganz ungefährlich. Bleib innerhalb des Schlittens und es kann keinem was passieren. Du musst von einem hohen Platz starten. Warum nicht also von dem hohen Turm in Jallerheim? Reite hoch und beginne mit dem Verteilen der Rentiere. Ich treffe dich dort oben. Na gut, dann treffen wir ihn da oben. Na los, jetzt. So, da hier schon jede Menge Pferde stehen, lassen wir unser Pferd hier auch stehen. Also das ist ja mal lustig. So, da sind wir nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Hm, einen Schornstein fehlt noch. Das war auf jeden Fall voll toll. Mit dem Schlitten. Das war auf jeden Fall. Zeit erspart. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. So, dafür habe ich ja auch noch zwei Wünsche bekommen. So, dann tauschen wir jetzt erstmal ein bisschen was um. Wir haben wieder eine blaue Mütze. Und nochmal eine Wintertrense. Die beiden Sachen besitzen wir ja schon. Wir tauschen dann erstmal noch ein paar Fragmente um. Okay. 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 So, mehr Fragmente können wir gerade nicht umtauschen. Der Sack will gerade nicht, dann reiten wir jetzt hier erstmal noch eine Runde. Bei uns hat die Anastasia gesagt, wenn wir halt so eine Runde durch Yadaham reiten, würde sich der Sack dann halt wieder erholen und wir könnten weiter umtauschen. Testen wir das mal aus. Oder wir machen hier gleichzeitig noch ein Feuerchen. Was kann Feuer? In dem Fall müssen wir helfen. Weißt du, wo die Schläuche sind? Nein, du bist wohl keine Feuerwehrfrau. Du musst wissen, wo die Schläuche sind. Such sie. Wie kannst du dich Feuerwehrfrau nennen, wenn du nicht weißt, wo die Schläuche sind? Also wir suchen jetzt hier einfach die Hydranten. Und bei der Mauer von Yadaham stellen wir dann wieder die Schilder auf. Weil da ist ja wieder diese Sturzgefahr. So. Und ich hoffe, in der Zeit erholt sich der Sack, dass wir dann gleich weiter umtauschen können. Okay. Vielen Dank. Jetzt wäre ich fast an dem Hydranten vorbei geritten. So, dann packen wir hier schon mal wieder die Schilder hin. Zum Glück sind hier nur 5 zum Aufstellen. So, nur noch 2. Und dann brauchen wir noch 1. So, dann suchen wir uns jetzt eben noch ein paar Hydranten. So, dann können wir uns jetzt eben noch ein paar Hydranten vorbei geritten. So, dann können wir uns jetzt eben noch ein paar Hydranten vorbei geritten. Weil uns fehlen ja noch ein paar Hydranten. Aber da habt ihr gesehen, wie Anastasia gesagt, hat eine Runde so durch Yalaham reiten und man kann weiter eintauschen. Nochmal eine Mütze in Gelb, die haben wir auch schon. Eine schicke Brille haben wir noch nicht. Jetzt will der Sack gerade wieder nicht, also reiten wir gleich da nochmal eine Runde. Aber wir suchen jetzt erst noch den letzten Hydranten und geben die Quest dann erstmal ab. Und dann können wir uns jetzt noch ein paar Hydranten und geben. Das ist auf jeden Fall schon interessant, also wenn man so eine Runde durch Jalaheim dann reitet, dass es dann wirklich ausreicht, dass dieser Sack sich da halt resettet, dass man dann halt weiter umtauschen kann. Also ich wäre nicht so auf die Idee gekommen. So, gucken wir hier nochmal. So, na komm, wir kaufen hier jetzt noch das Winteroutfit. Weil so viel kostet das ja nicht. Und bei E gibt's dann noch ein bisschen mehr. Da holen wir uns mal die ganzen Accessoires das hier für den Kopf. Hm. Dann nehmen wir das Lucia noch mit. Na komm, die Lebkuchensachen nehmen wir auch noch mit. Das kostet ja nicht die Welt. So. Dann schauen wir mal, ob unten unser Sack wieder so weit ist, dass wir da weiter umtauschen können. Hm. Okay. Der will halt dann doch noch nicht. Sind wir noch nicht genug rumgeritten. Aber ich mach dann hier jetzt erstmal einen Cut. und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüß.